holger holger und damit ein herzliches willkommen zu nein wir klettern nicht und nein wir ruhen uns auch nicht aus mein name ist und ja wir verteidigen jetzt die wenn jahres das sind die wenn jahres so deutlich sind wenn ja erschlagen wissen du ja wenn ihr ereignis wird ja abgeschlossen wir machen noch mal ein part wo wir hier so ein bisschen die landschaft erkunden am besten machen wir erst einmal diesen stammes konflikt finden und tödige fähige gegner doch so ihre überreste das machen wir jetzt mal und dann schauen wir einmal was denn da geht ja wir haben zwei neue dorfbewohner wir sollten mal langsam ins dorf und das ganze irgendwie ausbauen aber das verstehe ich nicht wie es geht da muss dann wieder der tramp anwesend sein wir haben jetzt erst mal ein ort entdeckt ja ja ist gut wir sprechen mal mit dir alles glaube ich jetzt noch weiß wo es hingeht eine wild katze na na komm du kannst mich nicht verlassen hier vielleicht können wir ihn ja kommen da ist was ja genau der lebt ja immer noch mensch idiot jetzt reicht's mir die reicht's wahrscheinlich auch idiot ist er jetzt tot oder doch nein das ist das todiree der ist abgehauen naja also was müssen wir jetzt hier tun wo müssen wir denn hin naja keine ahnung auf zum nächsten auftrag das wäre ja dann hier diese hand gut dann helfen wir hier mal diese venjas zu eskortieren und dann geleiten wir die an einen ach der gehört zu uns ja hi 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 da ist gut dann geleiten wir die an einen sicheren ort und geben denen einfach mal so begleitschutz ja ich wisse jetzt auch gar nicht wie und wo es jetzt letztendlich weiter geht in far cry primal so story technisch aber ich glaube das hier hat wenig mit der story zu tun das sind eher mehr kleine nebenaufgaben deswegen würde ich für mich beschließen dass ich jetzt noch zwei drei parts mit nebenaufgaben erledige den rest mal einfach so an cut wenn ich mal so bock habe einfach so aufzunehmen und irgendeine aufnahme und verpflichtungen und dann werde ich das auf jeden fall alleine machen wir machen jetzt hier noch ein paar dann wisst ihr worum es geht und man muss das ja nicht sich mal wiederholen ja wir akzeptieren ich weiß wo müssen wir denn da ja ich komme meine freunde aber erst nehme ich hier noch adelholz mit die holzquelle ich hätte gerne sieben brötchen ja das hätte ich gerne vier stück kriegen wein interagieren ja alles klar hier holt eure waffen mensch sonst haben wir ein problem wir können jetzt erstmal unsere bestie holen der ist ja leider tot ist aber wieder da von den leben aufgewacht na du süßer wolf da kommen auch schon die ersten feinde takedown so schwuppdiwupp gut oh wildschwein zweimal fleisch tierfett ok weiter geht's bis jetzt leben noch alle ja ja alles gut wo sind die oh oh ach da ach du scheiße wie sind das denn das du mach so so sagst du 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 okay den müsst ihr übernehmen da lege ich hand an das war ja auch schon takedown kam das denn jetzt her da sind sie oha ja ja tushy hier na bei dir geht es sonst noch gut letzte keule was ist ein wenn ja muss überleben das ist jetzt nicht der ernst wieso habe ich denn da geschlafen mensch gibt es doch nicht noch mal da kann jetzt ja nicht wahr sein dass jetzt alle getötet wurden da war doch nur noch einer dann machen wir noch einmal interagieren schau da kommt mit du da hudel die budel vielleicht können wir auch wir haben ja eh schon hier genug auch einfach diese freaks anzünden wenn sie uns in die quere kommen ja wo wollt ihr denn die frage ist wo ich hin will viel spaß klappt wohl noch nicht so ganz war nett ja ja ist gut ist gut alle dude nie nie sagt niemals nie richtig gut tasche bereits vorher schade dass das so ein bisschen dauert bis das jetzt letztendlich entfacht dieses feuer das soll ich schon sagen entflacht aber das wäre ja falsch gewesen deutsch und grammaterialisch und das war auch gerade falsch grammatikalisch mensch er kommt jo mensch hier was wartet ihr denn so lang ist jetzt abgebrannt ja 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 tukushi ne ok ein bär scheiße die sollen den jetzt erstmal verkloppen vorsicht das ist nicht gut das ist nicht gut boah alter wir haben den erledigt sehr gut nehmen wir mit alles holz pfeile ach du scheiße das ist nicht gut ja einer ist tot aufgrund des bäres aber gut das hätte auch ganz anders enden können das hätte ganz anders enden können ach da vorne pass auf jetzt zünden wir den erstmal an ja du hast das wohl richtig dicke ne das ist ja lass das das haben wir hier noch diesen endboss ne das ist er nicht mal das sind ja fünf da geht's weiter jetzt sagt bloß das sind meine leute hier dann kriege ich aber die krise oh alles gut junge 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 wir haben wieder nichts erreicht ja war es das jetzt oder was scheint so gut ende gelände auf zum nächsten fall jage raubt hier rudel die die venja bedrohen das wird ja auch noch lustig dafür haben wir noch fünf minuten wenn es blöd läuft kann man da gerade mal hinlaufen in fünf minuten aber jetzt mal gucken wildschwein da sind wahrscheinlich diese rudel ne das sind nur bergziegen da sind wir den rudeln ja schon noch ein bisschen weg aber da gibt es ja auch noch was jetzt habe ich gerade gedacht das wäre ein tier dafür ist das so ein genau so ein seltener norddingens gut was ist los sprich mit mir zum fluss zum wildschwein jagen super wo ist denn der fluss da oder was ich verstehe es gerade nicht aber gut belassen wir es dabei da wollen wir uns mal raushalten da wollen wir uns mal raushalten wenn da jetzt die wildschweine sind ne hört sich nicht danach an wir haben ja nach raubkatze ja die kümmert sich schon um die ne wir können hier ganz easy alles einsammeln das ist ein verbündeter was sind das hier von bergdingens naja schön eine höhlenmalerei suchen was können wir denn hier suchen lila blatt ahja ist ja cool Was das hier ist, kann ich nicht sagen. Oh, der ist... Der ist gut bestückt. Hol ihn dir! Alter, eine Schlange! Boah. Scheiße. Ja, wo bist du jetzt? Eine Schlange, Alter. Ich habe Angst vor Schlangen. Wo sind die? Da. Na, warte. Irgendwie habe ich doch schon geernt, dass das eine Schlange ist. Dich mache ich kalt. Alter Schwede. Jetzt habe ich gerade gedacht, die lebt immer noch. Ist ja ekelhaft. Boah. Was können wir jetzt mit der? Alter. Oh, jetzt habe ich gedacht, da spritzt das Blut jetzt. Scheiße. Hat überhaupt nichts gebracht. Ja, ich wollte eigentlich noch hier in die Höhle reingucken. Da können wir ja, ne? Kaputt hauen, genau. Und da ist diese Hand. Ja, diese Deisch. Deischer Hand oder Deisch. Deisch. Deisch Hand, ne? Dann sage ich ja mal vielen Dank fürs Zusehen. Und ja, stehen wir jetzt hier im Dunkeln. Deswegen sage ich bis zum nächsten Mal.